Die Verwaltungsrichter erneuern angesichts der Novelle zum Corona-Gesetz ihre Forderung nach einem zeitlang gerichtlichen Rechtsschutz gegen behördliche Maßnahmen, die die Grundrechte einschränken. Das geplante neue Gesetz ermöglicht Freiheitsbeschränkungen bis hin zur generellen Ausgangssperre. Deshalb muss der VfGH die Möglichkeit von raschem, einstweiligem Rechtsschutz bekommen. Mit dem von Gesundheitsminister Rudolf Anschuber vorgelegten Entwurf zur Novellierung des Covid-19-Maßnahmengesetzes verlagert sich die Balance zwischen den Staatsgewalten massiv zugunsten der Exekutive. In einem Rechtsstaat muss damit aber auch der Rechtsschutzschritt halten, wenn man nicht einfach in Kauf nehmen will, dass ein Federstrich der Exekutive unmittelbar Millionen von Bürgern auf Wochen oder Monate flächendeckend die Freiheit beschränkt oder nimmt, betont der Dachverband der Verwaltungsrichter in seiner Begutachtungsstellungnahme. Konkret fordern sie, dass der VfGH im Normalprüfungsverfahren einstweilige Rechtsschutzmaßnahmen verfügen können soll. Sie sehen auch das Vorhaben an sich kritisch, dass mit der neuen Gesetzesfassung der Gesundheitsminister per Verordnung die Freiheit bis hin zu kompletten Ausgangssperren beschränken kann. Das kennt zumindest in der Zweiten Republik kein historisches Vorbild. Es bleibt offen, welches Wissen gemeint ist, wenn laut Entwurf solche Freiheitsbeschränkungen auf Basis des Wissensstandes über die Verbreitung von Covid-19 verfügt werden kann. Kritisch sieht der Dachverband zudem das Kaskadensystem als die Regelung der Zuständigkeiten für im Rahmen der Ampel regional abgestufte Maßnahmen. Es fehlt die erforderliche klare Stringenz, wenn laut dem Entwurf je nach Strenge der Beschränkungen Minister, Landeshauptleute oder Bezirksverwaltungsbehörden zuständig sind. Kourmethe 5 Untertitelung des ZDF, 2020